Und damit begrüße ich euch zurück zu Team Legion, weiter geht's und wir sind natürlich weiter fleißig am scouten, ich habe eure Kommentare durchgelesen, ich kappe mal ein bisschen runter, damit man das auch sieht, Vasi Gaming, so etwas holpriger Einstieg, ich habe mir eure Kommentare natürlich durchgelesen und TJ van Garderen wurde sich jetzt zweimal hintereinander gewünscht, das Problem ist, der junge Mann mit 32 Jahren beendet seine Karriere, das würde ich beruflich auch gerne machen, einfach sagen, jetzt reicht's, jetzt gehe ich in Rente, aber TJ van Garderen können wir leider nicht verpflichten, wäre natürlich eine super Verpflichtung gewesen, weil er so ein guter Allrounder einfach ist, aber das wird wohl nichts, ich lasse ihn trotzdem mal drin, macht ja gar nicht so viel aus, wenn man ihn jetzt hier noch in der Liste drin hat, dann wurden natürlich auch so ein paar junge Talente, unter anderem auch aus Neuseeland vorgeschlagen, Lawrence Pithy, der ist bestimmt, der Name ist nicht gut im Deutschen, Ruben Thompson, Thompson haben wir natürlich noch mit drin, Tom Scully und eben auch Jack Bauer von 24 auch bekannt, den Gag können wir dann immer wieder machen, mit 35 Jahren würde der natürlich genau in die Kategorie reinpassen, was wir ja so punktuell für das neue Jahr noch haben wollen, ich habe jetzt nochmal Lawson Craddock, Joe Dombrowski, Chad Hager mit reingenommen, Alex Mather, den haben wir ja schon mal gescoutet, das kann mal ein richtig, richtig guter werden, aber der ist dann zu gut auch wieder für uns, also Potenzial 5 bis 8, da wollen wir ja diesmal ein bisschen auf die Bremse treten, weil sonst der hat wahrscheinlich wieder einen Bergwert von 75 nach der ersten Saison und das muss momentan nicht sein. So, das war mal kurz der Überblick, wir haben bei den Nachwuchsfahrern momentan ja keine neuen Ergebnisse und kaum fange ich an, mit Team Legion fängt meine Nase wieder an zu jucken, weiß nicht was da los ist, gerade Tour de France aufgenommen, da spielen wir ja mit Movistar, sehr erfolgreich bislang, aber da hat es nicht gejuckt, muss also am Team liegen. Also Alex Mather haben wir schon gescoutet, 5 bis 8, wir haben Magnus Sheffield nicht verwandt oder verschwägert mit dem anderen Sheffield von der Nanny, der sich auch sehr, sehr schnell, sehr stark verbessern wird, davon ist auszugehen, also zwei Fahrer, die definitiv zu stark sind für Legion of Los Angeles. Wir haben heute mal den Fahrer im Fokus, Eder Freire, da werden wir gleich dann während der Etappe nochmal reinschauen, was er so die letzten Jahre an Ergebnissen eingefahren hat und ob er überhaupt schon mal so erfolgreich war, wie er momentan hier im Spiel ist, weil das ist ja schon enorm. Eder Freire kämpft sich langsam ran an die Gesamtwertung bei der Vuelta Altachira, zusammen natürlich mit unserem Kanadier Alec Cowan, mit dem wir ja letzte Folge schon sehr erfolgreich waren und da haben wir uns ja auch mal angeschaut, wo seine Entwicklung denn vielleicht noch hingehen könnte und wo vor allem die Entwicklung bislang schon war. So Potenzial 2 bis 4, sicherlich wird es da nicht mehr ganz weit nach oben gehen, vielleicht so ein paar 70er Werte sind drin, mit 24 Jahren könnte das ja auch noch klappen, dann sehen wir hier auch schon die nächsten Rennen bis zum April, die haben wir eben auch schon eingetragen und dann würde ich sagen, gehen wir doch wieder rein in die Rennaction, ich glaube so viel gibt es momentan dann auch nicht zu sehen. Fünfte Etappe, es geht in die Berge rein, Berg der dritten Kategorie und dann kommt aber quasi nochmal ein steilerer Anstieg, dann der Berg der ersten Kategorie auf der sechsten Etappe, siebte Etappe ebenfalls schlimm und die achte Etappe geht dann wenigstens mal eher wieder an die Sprinter. Also das wird noch ein sehr sehr hartes Finale werden, wir hoffen auf die guten Tagesformen bei Ida Freire und bei Alexander Kauen und dann hoffe ich, dass wir vielleicht noch ein Wörtchen mitzureden haben um den Gesamtsieg. So, wir gehen einmal rein in den Regen bei der Vuelta Altajira und holen mal Wasser mit Hunter Grove und wir haben natürlich noch ein paar Kommentare, die wir auch beantworten wollten. Also Conado hat auch nochmal gefragt, mit welcher Datenbank hier gespielt wird, das ist die neu aktualisierte WorldDB, wo jetzt auch die Continental Teams mit drin sind. Ich muss mich irgendwie gerade mal am Arm kratzen, weil ich dauernd von irgendwelchen Mücken inzwischen zerstochen werde, bin ich nicht mehr so gewöhnt. Genau, ein paar Probleme gibt es noch, das sieht man glaube ich auch hier, wenn man mal schaut, ne sieht man hier nicht, aber ein paar Bilder sind halt nicht drin. Ein paar Teams fahren auch in diesen komischen Cyanid-Trikots, wie man das hier sieht, das bedeutet, dass die Trikots eben im Spiel noch nicht drin sind. Wenn man einmal ein Spiel begonnen hat, dann wird das nachträglich auch nicht aktualisiert, so ist zumindest mein Stand. Wenn ihr da einen anderen Stand habt, dann sagt das gerne. Man kann das natürlich dann, ich glaube, in den Save irgendwie noch mit einbringen, aber ich glaube erstmal, dass es schwierig ist, das nachträglich in eine laufende Karriere noch einzufügen. So ist zumindest mein Stand. Das habe ich jetzt aber mal in Kauf genommen, weil es sind wirklich nur ein paar Fehler mit drin. Und Hauptsache, dass das Team Legion drin war, das war wichtig. Aber wie gesagt, ich glaube, dass das nicht Save-kompatibel ist, wie du das geschrieben hast, Conado. Aber wie gesagt, vielleicht kann da ja auch nochmal jemand anders was dazu schreiben. Wir haben ja einige in der Community, die auch die WorldDB und die Leute, die die WorldDB machen, auch sehr, sehr gut kennen. So, wir machen keine Führungsarbeit, sondern Juan Pablo Montoya macht das Ganze wieder. Dann Hernández und Fabio Duarte ist dann auch schon hier an dritter Position, relativ früh, dass er dort so weit vorne im Wind fährt. Hat ein gutes Team an seiner Seite. Dann, wie gesagt, Tobias, da haben wir eben gerade ja schon die Fahrer, die du vorgeschlagen hattest, haben wir auch mit reingenommen. Bei Erik, der hat da auch noch geschrieben, dass wir vielleicht auch gar nicht so schnell in die Breite gehen müssen, dass wir so viele verschiedene Nationen verpflichten. Das finde ich auch gut, wenn man vielleicht auch erstmal so einen mexikanischen Block macht, um dann bei den mexikanischen Meisterschaften das Trikot auch zu verteidigen. Das sieht schon sehr nice aus, kann man nicht anders sagen, auch wenn er es jetzt drunter trägt. Das Trikot gefällt mir nicht so gut, das sieht eher aus wie ein Zustand, das ist weniger eine schöne Farbe. Also auch da werden wir wahrscheinlich eher mal so ein paar Blöcke bilden und dann auch mal schauen, wenn vernünftige Talente aus den kleineren Randnationen, Bermuda und so weiter, dann kommen, dann werden wir dort mit einsteigen. Also es muss nicht auf Teufel komm raus, dann auch jetzt aus jedem Land, aus Nord- und Mittel- und Südamerika auch ein Fahrer bei Team Legion unterwegs sein. So, was haben wir denn sonst? Gibt es das Spiel nur auf Englisch? Wurde noch gefragt. Ich weiß nicht, wie gesagt, warum ich es bei mir nicht umstellen kann. Ich habe das die letzten Jahre immer auf Deutsch gespielt. Das Spiel gibt es definitiv auch auf Deutsch. Dann möchte ich mich bei IamJoe bedanken, der geschrieben hat, er ist normalerweise ein stiller Zuschauer, schaut die Videos aber sehr gerne und hat sich auch bedankt, dass jetzt neben dem Hundewelpen die Videos kommen. Total gerne, das ist auch immer ganz gut, weil ich liebe diesen Hundewelpen so sehr, dass ich den auch nicht in Ruhe lassen kann. Also wenn ich jetzt drüben im Wohnzimmer sitzen würde, ich würde den die ganze Zeit kraulen, ich würde mit dem spielen, keine Ahnung, ich würde ihn füttern, ich würde wahrscheinlich direkt wieder mit ihm in den Park rennen. Ich glaube, ich habe sehr viel mehr Spaß mit ihm als doch, ich glaube, wir haben beide ähnlich viel Spaß miteinander. Deswegen ist es auch ganz gut, wenn ich dann was anderes finde, wenn ich mein Hobby dann quasi parallel mache und den Hund mal in Ruhe lasse, dann hat der auch mal seine Ruhe und dann kann die Anna eben auch alleine mit ihm ein bisschen Vertrauensbasis aufbauen. So, Benni denkt immer, wenn ich Legion of Los Angeles sage, dann denkt er immer, League of Legends wird gesagt. So, ansonsten wird geschrieben, super Team und wie gesagt, TJ von Gardnerin wird schwierig. Ich werde jetzt immer versuchen, auf eure Kommentare mal so während der Etappe einzugehen. Hier passiert jetzt natürlich momentan noch nicht wirklich viel, Wasser brauchen wir keins, das fällt ja vom Himmel runter. Mörder-Gag in der Gesamtwertung, sieht das alles sehr, sehr eng aus. Da sehen wir 39 Sekunden, Ida Freire und Alexander Kauen mit 9 Sekunden Rückstand. Kauen hat heute wieder die Plus 2, bedeutet die 66 am Berg und die 69 am Hügel. Aber ich denke mal, heute wird die Wachablösung im Team kommen. Wir fahren für Ida Freire und versuchen mit ihm das gelbe Trikot von Oscar Sevilla, dem Engelsgesicht damals wahrscheinlich immer noch. Ich glaube, Oscar Sevilla sieht immer noch aus wie Anfang 20. Auf jeden Fall versuchen wir, sein Trikot mal anzugreifen. Dann geht es nämlich jetzt ins Finale der Etappe. Lange genug gelabert, vorne sehen wir eine 10-köpfige Ausreisegruppe, die 4,5 Minuten Vorsprung hat. Da sind wieder alle Nationen drin, unter anderem Zypern, da ist Panama dabei, Mexiko sogar, ist das Kuwait? Ich glaube, es ist Kuwait, Argentinien, Japan, San Marino. Ach schön, ich liebe das. Chile ist auch noch mit dabei. Das ist genau das, was wir haben wollten. Endlich auch wieder ein bisschen kleinere Rennen, kleinere Teams. Und alles ist irgendwie lebendiger, als dauernd gegen die anderen Spitzenfahrer zu fahren. Und das wird noch richtig, richtig geil werden. Also, in dieser Folge spielen wir auf jeden Fall die Vuelta Altajira zu Ende. Könnte also ein bisschen länger werden, aber ich werde jetzt einfach mal einen Cut setzen, damit es nicht zu lange geht. So, der Berg, der kam mir auch gleich sehr verdächtig vor. Der Alto El Suspiro habe ich natürlich jetzt nicht die ganze Zeit darauf gewartet, dass ich den Gag endlich bringen kann. Nein, der war ganz spontan. So, Tempo wird ein bisschen höher. Bedeutet für uns, dass wir natürlich auch unseren Fahrern sagen, haltet bitte die Position weiter vorne. Damit wir dort keine Lücken haben, die wir dann später zufahren müssen. Sieht heute, wie gesagt, gut aus für Eder Freire mit der Plus Eins. Ich glaube, das Regenwetter liegt ihm jetzt nicht optimal. Da sehen wir das komplette FC Porto Team hier vorne. Einige Portugiesen, dann Korte und Lara für Mexiko. Aus Gassavilla sieht er noch ganz fresh aus. Der Mann, wie alt ist der? Mitte 40? Ich denke schon, oder? Aus Gassavilla. Da sollte man auf jeden Fall nochmal ein Wörtchen später drüber reden. Wir wollten ja dann auch gleich nochmal auf die Ergebnisse von Eder Freire schauen. Das machen wir dann auf der nächsten Etappe, wenn es noch nicht ganz so spannend ist. Gleich der Berg der dritten Kategorie wird überfahren. Tempo wird höher. Hunter Grove hat jetzt langsam seine Probleme. Wir müssten da vorne mal umswitchen und holen uns mal Lance Hated an die Seite. Just Hated. Just Hated. Klingt auf jeden Fall nach einem Michael Jackson Song. So, jetzt über die Gruppe rüber. Bitte auch Schwung mitnehmen und keine Lücke reißen lassen. 85 Fahrer noch im Peloton. Schon sind es nur noch 50, nachdem ich es ausgesprochen habe. Ich denke mal, die Ausreißergruppe wird sich den Etappensick holen. Springen wir nochmal ganz kurz vorne hin. Alarcon mit dem 60er-Bergwert, mit Militiades. Dann ist auch noch aus Panama ein Fahrer mit dabei. Also man sieht schon hier, die Werte sind natürlich auch sehr schlecht. Wenn man da jetzt mit einem 65er-Bergwert der Spitzenfahrer ist in der Ausreißergruppe, dann versteht man schon, warum wir hier auch mit unseren Fahrern so ordentlich unterwegs sind. Dann müssten wir wahrscheinlich gleich mal wieder als bekannt und bewährt unterwegs sein. Holen wir mal Hated ein bisschen nach vorne. Damit unsere Fahrer sich dann nicht hinten bei ihm dranhängen. Beziehungsweise, dann machen wir es doch so. Dann fährt er. Machen wir so. Und Freire hängt sich hinten dran. Und dann haben wir Kauen, dass er hier ein bisschen Tempo fährt. Erstmal natürlich sehr kontrolliert. Sind noch 7,8 Kilometer. Wir klemmen uns mal hier vorne mit rein. Müssen ja nicht vorne im Wind fahren. Ausreißer-Sieg wird es definitiv geben. 7 Kilometer sind es noch. Energielevel sieht sehr stark aus. Jetzt geht es in den Schlussanstieg. Nur mal kurz auf Pause gedrückt. Das Ding ist auch nicht super steil. Bedeutet für uns Tempo-Baby. Und dann nochmal die Attacke vielleicht oben mit Freire rein. Den letzten Metern. So, da sind doch nochmal ein paar eingeholt. Rujado. Sieht immer aus wie ein Meistertrikot. Von dem panamesischen, panamaischen Team. Bin ich jetzt gerade überfragt. So, nehmen wir doch mal ein bisschen raus. Immer noch 6 Kilometer für uns bis oben hin. Darf man jetzt auch nicht unterschätzen. War da ein bisschen voreilig, glaube ich. Weil ich unten rechts hingeschaut habe. Vorsprung fällt jetzt relativ schnell. So, Hated wird da jetzt auch gleich raus sein. Und dann ist natürlich auch so, dass Kauen schneller verliert. Freire sieht immer noch sehr, sehr fresh aus. So, Hated fällt raus. 36 Fahrer noch drin. Hier wird es ein bisschen flacher. So, jetzt kommen nach und nach. Alter Schwede, dieses Porto-Team macht mir schon ein bisschen Angst im Rücken. So, dann müssen wir da mitgehen. Na, komm schon. Häng dich mal vorne mit rein. Da kommt jetzt die Attacke da vorne. Komm schon, Freire. Fahr da jetzt raus. Shit. Da haben wir gerade die Attacke verpasst. Da hat sich jetzt vorne eine abgesetzt. Schauen. Am Hinterrad von Oscar Sevilla. Können wir da nochmal selber raus. So, Oscar Sevilla verliert heute vielleicht sogar ein bisschen Zeit. Boah, da kommen wir nicht mehr vorne hin. Schade. Das Hinterrad hätten wir, glaube ich, halten können von Brandiau. Wo war Brandiau? Der hatte eine Minute acht Rückstand. Sollte also für uns noch möglich sein. Dann werden wir hoffentlich zweiter oder dritter. Wird eher der dritte Platz für Freire. Dann drehen wir mal rum. Und dann sind hier auf jeden Fall ein paar Sekunden, sollten es sein, die wir auf Oscar Sevilla gut machen. Plus die vier Sekunden Zeitbonifikation. Schade, da waren wir im entscheidenden Moment eingeklemmt. Da habe ich mich dann nicht clever verhalten. Aber man weiß halt auch einfach nicht, welcher von diesen Porto-Fahrern jetzt heute der stärkste ist. Ich meine, das ist einfach viermal FC Porto und einmal Eder Freire für League of Legends. Jetzt habe ich es selber gesagt. Legion of Los Angeles. Verdammt, Benni. Benni ist einfach in meinem Hirn drin. Das ist wirklich nicht gut. So, also trotzdem gutes Ergebnis. Jetzt müssen wir mal schauen. Alexander Kauen war da jetzt vorne nicht mehr mit drin. Das war aber relativ klar, dass er das über die komplette Rundfahrt nicht schaffen wird. Er hat sich einen Etappensieg geholt und war auf einigen Etappen sehr, sehr stark unterwegs. Für uns der dritte Platz auf der Etappe. Und jetzt schauen wir mal auf die Gesamtwertung. Dann haben wir immerhin 15 Sekunden gut gemacht. 19 Sekunden mit der Zeitbonifikation auf Oscar Sevilla. Bedeutet dann nur noch 20 Sekunden Rückstand. Joao Rodriguez auf der 2. Brandiao auf der 4. Also das Porto Team. Das ist schon enorm stark. Schauen wir mal im Bergtrikot. Bleiben wir vorne. Punktewertung ebenfalls weiterhin. Da wird Alexander Kauen das rote Trikot vertretungsweise tragen. Das Nachwuchsfahrer Trikot wird er ebenfalls tragen. Okay. Und in der Teamwertung haben wir natürlich keine Chance. Aber das war trotzdem schön. Das hat Spaß gemacht. Und ich würde sagen, wir machen jetzt auch nicht lang rum. Im Menü haben wir nicht viele Optionen. Jetzt geht es zur Königsetappe. 6. Etappe steht an. Siehst du, deswegen habe ich League of Legends gesagt. In a different league. So, 6. Etappe nach San Simon. Haben wir schon gesehen. Berg der 1. Kategorie. Gute Tagesform. Ist vonnöten. Und dann würde ich sagen, steigen wir so kurz vorm Anstieg ein. Und schauen uns einfach nochmal unseren Mexikaner an. Was der denn in der Realität bislang so geleistet hat in seiner Karriere. So, weiter geht's. Jetzt geht's gleich richtig in die Berge. Zweite Kategorie. Erste Kategorie. Wir wollten vorher nochmal kurz über Eder Freire sprechen. 2020 keine Resultate. Wahrscheinlich Corona bedingt natürlich auch. Dass dort sein Team nicht am Start war. Beziehungsweise er hatte auch gar kein Team für 2020. Vielleicht war er dort einfach auch arbeitslos. 2021 dann jetzt sein einziges Ergebnis bislang. Am 13.06. Zumindest nach Pro Cycling Stats. Mexikanischer Meister geworden. 2019 war er bei der Larry Edge Miller Tour auf Utah mit dabei. Dort immerhin 22. In der Gesamtwertung. Einige gute Ergebnisse. Aber nie ganz vorne reingefahren. Dann Tour of the Gila. Ich weiß nicht genau, wie das ausgesprochen wird. Die werden wir ja später auch noch fahren. Ist er auf dem 8. Platz reingefahren. 2018 auch so die üblichen amerikanischen großen Rennen. Das Joe Martin Stage Race. Tour of the Gila auf der Elf. Larry Edge Miller Tour auf der 26. Also das ist schon wirklich gut, was er dort gemacht hat. Damit können wir arbeiten. Und heute mit diesen Tagesformen können wir auf jeden Fall arbeiten. Jetzt müssen wir nur schauen, dass wir hier auch erstmal gut in diesen Berg reinkommen. Da ist hinten schon eine kleine Lücke gerissen. Da sehen wir Rodriguez, der das Bergtrikot für uns vertretungsweise trägt. So, wie sieht es aus? Headed müsste dann wahrscheinlich gleich an die Seite von Eric Cowan gehen. Vorne die Ausreißergruppe kämpft nochmal. Ansonsten müsste ich gleich nochmal mit Nero raus, weil er schon wieder nervös ist. Am Anfang muss man da ja echt genau darauf achten, weil sonst macht er uns nochmal in die Wohnung. Er hat mich jetzt schon einmal komplett zugepinkelt. Aber das ist in Ordnung. Das ist völlig in Ordnung. Am Anfang, er muss es jetzt halt lernen, dass es besser gehen muss, beziehungsweise dass er es eben draußen machen muss. So, Headed, was machst du da? Fahr mal nach vorne. Fahr mal. Ja gut, das macht wahrscheinlich keinen Sinn. Ich hole ihn mal nach vorne. Tempo ist enorm hoch, aber das kommt uns zugute. Je schneller hier reingefahren wird, desto besser. So. Weil wir haben Bomben-Tagesformen. So, Headed hängt da hinten drin. Ich wollte ihn jetzt nur konstant nach vorne holen, weil wenn ich ihm jetzt sage, hey, beschützt doch mal, dann würde das eher nichts werden. Dann schicken wir jetzt mal Eric Cowan an die Seite von Freire. Und schauen, ob Headed da nochmal vorne hinkommt. Da fallen jetzt auch einige wie Kanonenkugeln raus. 14 Kilometer sind es noch. Berg der zweiten Kategorie haben wir gleich überquert. Wir kriegen einfach mal das Energiegel. Und Headed wird es wahrscheinlich kaum noch da vorne hinschaffen. Schauen wir mal. Dann machen wir jetzt wieder den hier. Schauen wir mal, dass Headed sich da kümmert. Und Freire hängen wir hinten dran. Und dann wird es, ups, boah, voll ging das Mikrofon. Entschuldigung. Dann wird es sicherlich ein schwieriges Finale aus unserer Sicht. So, Cowan versucht da jetzt schon mal Richtung Spitze zu kommen. Tempo ist jetzt natürlich schon so hoch. Und Headed, das waren wahrscheinlich die letzten Meter, die er heute gemacht hat an unserer Seite. Auch wenn dort das Energiegel noch geballert hat. So, Cowan und Freire. Dann können wir es eigentlich auch andersrum machen. Freire natürlich, nicht Freire. Na, komm schon. Fahren wir mal den Einsatzbalken hoch. Sind immer noch 10 Kilometer. Lassen mal das Team Porto arbeiten. Jetzt ganz genau darauf achten, wann die mal was machen, wann da eine Attacke kommt. Jetzt bilden die da schon wieder so einen Block, mehr oder weniger. Das ist noch ein ganz schönes Stück bis oben hin. Alter, jetzt fahr halt. Lass dich nicht dauernd wieder wegdrängen von irgendwelchen Porto-Fahrern. So, es sind noch 3,8 Kilometer bis oben hin. Wir übernehmen mal. So, mal schauen. Kauen. Jetzt wird es aber nochmal richtig steil. So, Freire attackiert mal. Da hängen natürlich einige am Hinterrad. So, Sevilla ist weg. Sehr schön. Rodriguez ist aber noch mit dabei. Komm schon. 800 Meter sind es noch bis oben hin. Ein bisschen regenerieren. Bleibt dran. Über die Kuppe rüber. Sehr schön. Bergpunkte holen wir uns auch. Dann geht es jetzt nur noch bergab. Sehr schön. Eder Freire. Mal schauen, wie groß ist der Abstand. Dann 52 Sekunden nach hinten. Auf Paredes. Und hier waren es so gut. Rodriguez war natürlich sogar noch vor uns in der Gesamtwertung. Wenn wir uns jetzt den Sieg holen sollten, wäre das natürlich optimal. Sprinten jetzt einfach schon mal los. Dann geht es hier nochmal leicht bergauf. Aber das müsste... Boah. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, roter Balken. Huh. Punktlandung. Jetzt ist er platt. Freire holt sich den Sieg vor Rodriguez. Dann kommt hier Paredes. Ne, Duarte kommt da noch dran vorbei. Über eine Minute. Dann Oscar Sevilla. Mega gut. Haben wir auf jeden Fall aus dem gelben Trikot gefahren. Den sparen wir mit anderthalb Minuten. Para. Melivello. Dann Kauen. Oh, den haben wir ja auch noch. Komm, Baller rein, Junge. Hat ihn ganz vergessen. Sehr schön. Also, jetzt geht es gleich nochmal mit Nero raus. Aber so kann ich ja auf jeden Fall mit ihm rausgehen. Mit so einem schönen Erfolgserlebnis. Ich glaube, die Anna legt ihm gerade schon das Geschirr an. Man hört das. Da hat er ein bisschen Schiss vor. Ja, egal. Legion of Los Angeles. Super erfolgreich. Freire mit dem Etappensieg. Gelbes Trikot. Ich glaube, wir müssten zeitgleich sein. Ich glaube, wir hatten... Ne. Rodriguez müsste vorne sein. Wenn wir da keine Lücke rausgefahren haben, dann müssten wir Rückstand haben auf Rodriguez. Nämlich genau zwei Sekunden. Wenn ich es richtig gerechnet habe. Genau so schaut es nämlich aus. Also, vier Sekunden haben wir gut gemacht auf Rodriguez. Vielleicht können wir ja im Sprint nochmal irgendwo was holen. Eine Zeitbonifikation. Die nächste Etappe wird auch schwierig. Bergwertung sind wir vorne. Punktewertung vorne. Nachwuchsfahrer Alexander Kauen vorne. Nur in der Teamwertung sind wir nur auf dem dritten Platz. Aber mega erfolgreich. Der nächste Etappensieg für uns. Super cool. Schade, dass wir Rodriguez nicht noch abhängen konnten. The Freire Rocket. Das finde ich auf jeden Fall schon mal einen super Folgentitel. So nenne ich die Folge. Freire Rocket. Sehr nice. Also, super cool. Spannend. Jetzt, wie gesagt, geht es einmal kurz raus mit dem Hund. Und dann nehme ich die letzten beiden Etappen auf. Und wenn alles gut geht, dann geht es um 20 Uhr mit dieser Folge hier los. Also, und vor allem geht es jetzt gleich mit den beiden letzten Etappen noch los. Bleibt nochmal hügelig. Und dann geht es nochmal in den Sprint. Aber unser Mexikaner ist auf jeden Fall mit dem Formen-Höhepunkt hier einer der besten Fahrer bei der Vuelta Altachira. So, weiter geht es. Nach dem Gassi gehen. Jetzt habe ich mich aber auch noch ein bisschen gestärkt. Nochmal einen Kaffee reingehauen. Wie ist der Tag so auseinandergerissen, wenn man die ganze Zeit mit dem Hund raus muss. Aber er muss halt noch dran gewöhnt werden. Deswegen muss ich mich da auch noch dran gewöhnen. So, das Tempo war jetzt richtig schnell. Berg der zweiten Kategorie ist das Feld auseinandergerissen. 38 Fahrer nur noch drin. Hated heute mit der Minus-4 keine Chance gehabt. Genauso wie Hunter Grove, der ebenfalls raus ist. Und auch Freddy Ovette war leider relativ schnell weg. Hier vorne Tempo wird gemacht zu Asa. Ich glaube vom Team Medellin ist das. Da haben wir Rodriguez im Game-Trikot. Und genau das ist unser Gegner. Den wollen wir da rausfahren. Am Berg der dritten Kategorie sollten wir jetzt einfach erst nochmal unsere Position halten. Und mit Beschützer fahren. So, vorne wieder das komplette Team FC Porto mit eingespannt. Kann man ein bisschen schlecht unterscheiden, die Trikots. Das ist glaube ich gar nicht Porto. Oder? Doch ist es. So, jetzt kommt die Attacke von Antunias. Der ist fünf Minuten raus. Ne, auch wieder nur eine Tempo-Verschärfung. Wir bleiben erstmal hier in der Gruppe mit drin. 23 Kilometer sind es noch. Freire spart sich mal die Kräfte. Geht jetzt trotzdem hier mal ein bisschen höher. Kauen wird dann gleich. Nein, der Abfahrt sollte er sich nochmal gut erholen können. So, jetzt müssen wir vielleicht gerade mal ganz kurz. Sorry, ich gehe mal ein bisschen näher ran, weil dauernd diese Blätter nerven. So, da vorne passiert jetzt aber nichts. Oder dass da eine Lücke reißt oder so. Deswegen haue ich mal ganz kurz so rein. So, wir zoomen mal näher ran. Die Gruppe ist sowieso relativ klein. Kauen wird dann gleich, wenn es in den Schlussanstieg geht, noch das Energiegelbe bekommen. So lange wie möglich an unserer Seite bleiben. Freire heute mit der 73 am Berg. Tempo ist jetzt hier aber auch wieder komplett raus. Hoffen wir mal, dass das gelbe Trikot jetzt nicht sofort gerade attackiert. Dabei hat er eigentlich noch genügend Helfer dabei, um sich das nochmal zu sparen. Und dann geht es jetzt nochmal so circa 11, 12 Kilometer in den Schlussanstieg, der nicht super steil ist. Oben auch nochmal ein Flachstück drin hat. Aber das ist vielleicht für Freire gar nicht so gut. Also, heute heißt es keine Zeit verlieren und dann vielleicht morgen mit Zeitbonifikation zu arbeiten. Aber ich glaube eher, dass heute nochmal ein Zeitabstand entstehen wird. So, kurzer Nippel. 14 Kilometer vorm Ziel. Immer noch einiges an der Seite von Rodriguez. Es sind vorne drei, vier Fahrer eingespannt für den Portugiesen. Freire hängt da jetzt gerade ein bisschen im Gemüse. Kurz einmal Einsatzbalken fahren, damit wir dort keine Lücke reißen. Boqueli, doqueli. Einfach mal Flander-Style. So, und jetzt geht es hier in den Berg der zweiten Kategorie. Tempo können wir erst nochmal rauslassen. Wenn da jetzt gleich Attacken kämen, dann werden wir in der Position, sie zu kontern. Beschleunigungswert bei uns ist ja relativ gut. Gelbes Trikot bei uns am Hinterrad. Zehn Kilometer sind es noch bis oben hin. Okay, Hernandez. Einfach nur mit einer Tempo-Verschärfung. Schauen wir mal. Das jetzt Attacken... Ne, immer noch nicht. Das möchte ich da aber nicht eingeklemmt sein. Sehr gut. Läuft doch erst mal. So, nehmen wir da ein bisschen Tempo raus. Neun Kilometer sind es noch. Wir probieren was. Da ist gerade eine Lücke nach hinten. Da gehen aber alle mit. Jetzt mal mit rein hier vorne. Also Porto hat noch einen Helfer an der Seite. Bleiben wir mal am Hinterrad von Villela. So, wir haben zumindest eine Lücke gerissen. Hier schaut es aus. Duarte hängt dort mit drin. Jetzt sind aber auch alle wieder zusammen. Puh, das wird schwierig werden. Sechseinhalb Kilometer sind es noch. Gruppe ist wieder größer geworden. Erstmal fährt hier keiner groß raus. Und dann warten wir jetzt auch nochmal das Flachstück ab. Leider nix. Okay, eigentlich wollen wir nicht führen. Aber hier will keiner führen. So, brauche. Das ist mir zu früh. Es geht, wie gesagt, gleich nochmal bergauf. Richtig hinterher fahren will aber auch keiner. Leute, Leute, Leute. Was ist hier los? Es reagiert wirklich niemand. Und ich will jetzt auch nicht selber hinterher sprinten. Weil es geht jetzt gleich ja nochmal los. Mal bei Duarte mit. Wo ist das gelbe Trikot? Außen nicht in der besten Position. Boah, Alter, der zieht uns aber richtig den Zahn. Duarte zieht das gnadenlos durch. Gelber Balken geht noch bei Freire. Ich weiß nicht. Mehr als irgendwie bei Duarte am Hinterrad bleiben. Geht aber auch nicht. Aber Rodriguez ist durch. Duarte holt sich den Sieg mit 2 Minuten 12 Rückstand. Und dann haben wir das beste Hinterrad überhaupt gehabt. Und müssten... Boah, ein paar Sekunden müssten es sein. Also das müsste eigentlich der Rundfahrzeug sein für Freire. Für jeder Freire. Schön gemacht. Von ihm. Da haben wir Sevilla. Achter Platz für ihn. Und wir schauen mal. Cowen. Der hat hier vielleicht noch ein bisschen Energie. Und wird seine Top 10 Platzierung behalten. Und vor allem ja auch das Nachwuchsfahrer Trikot. Und den Rest können wir glaube ich so ein bisschen außen vor lassen. Da sehen wir wieder die Cyanid Trikots. Nakajima mit dabei. Keine Ahnung. Ich kenne nur Nakatomi Blaser aus... Heißt das nicht Nakatomi? Aus Stirb Langsam. Kenne ich aber auch erst so richtig. Hat sich mir das in Siren eingebrannt. Seit Brooklyn Nine-Nine immer so Stirb Langsam Referenzen gemacht hat. So, siebte Etappe. Der zweite Platz. Ich glaube wir waren nicht auf jeder Etappe. Sogar in den Top 3. Schauen wir mal ob das wirklich gereicht hat. Um da eine Lücke zu reißen nach hinten. Aber es müsste eigentlich ein Zeitabstand gewesen sein. Sind es 23 Sekunden. Wir waren zeitgleich. Und Rodriguez verliert damit insgesamt 29 Sekunden auf uns. Und Huarte hat uns nicht abgehängt. Bedeutet Führungstrikot. 27 Sekunden vor der abschließenden Flachetappe. Also besser kann es ja nicht losgehen. Wenn wir sturzfrei durchkommen durch die letzte Etappe. Kann es uns keiner mehr nehmen. Die ist zwar auch nochmal ein bisschen wellig zum Teil. Aber das wird schon eher ein Massensprint werden. Und wir werden das Ganze einfach mal kontrollieren. Punktewertung ist Freire ebenfalls vorne. Nachwuchsfahrerwertung. Noch 33 Sekunden haben wir gerettet vor Franklin Archibald. Aber auch das ist ein großer Erfolg für Alec Cowen. Unseren immer noch relativ jungen Kanadier. Dritter in der Teamwertung mit 24 Minuten Rückstand. Ja mei. Aber wenn Porto hier dabei ist. Und wir haben wirklich ein starkes FC Porto Team geschlagen mit Eder Freire. Da kann man nicht meckern. Also damit hätte ich nicht gerechnet. Erste Rundfahrt. Sau viele gute Platzierungen. Drei Etappensäge durch Eder Freire. Und wir waren glaube ich auf jeder Etappe wie gesagt auf dem Podium. Schönes Ding. Dann gehen wir mal einen Tag weiter. Und dann müsste auch unser nächster Fahrer eigentlich ja bewertet worden sein. Wird wahrscheinlich wieder eines der amerikanischen Talente sein. Das wir da drin haben. Und parallel habe ich mir wieder die Tour de France Etappe drauf gemacht. Da sind es jetzt noch 60 Kilometer bis ins Ziel. War ein schöner Kampf heute auch wieder. Ide Schelling war wohl unterwegs. Plakate. Sehr schön. Brav. Im Publikum drinstehend. Wir gehen mal einen Schritt zurück und schauen mal bei den Nachwuchsfahrern vorbei. Und dann müsste... Ach ne. Okay. Dachte immer so alle 6 Tage. Falsch gedacht. Da macht der Pendleton einfach mal ein bisschen Urlaub. Ist ja da irgendwo dran. Da war doch gerade was. In Quick Evaluation. Francis Parson. 18 Jahre. Durchschnitt von 64. Etappenfahrer. Das wäre schon einer, den wir uns durchaus mal unter den Nagel reißen könnten. Wurde auch in den Kommentaren geschrieben, dass die Abstände hier zu groß sind. Also dass man das Budget innerhalb von eines Jahres knapp verdoppelt. Finde ich schon auch ein bisschen heftig. Ich würde es jetzt aber auf jeden Fall erstmal so lassen. Ansonsten wollen wir merken, okay wir kommen damit eh nicht hin, weil wir dann 46 Fahrer haben müssten für 2500 Euro. Dann werden wir das ändern. Aber wie gesagt, wir werden uns ohnehin nicht nur auf die Jugend konzentrieren, sondern versuchen auch eine gute Mischung und so ein Aushängeschild halt auch einfach für unser Team Legion zu holen. So. Ich könnte mir auch vorstellen, auch weil das Team ja von zwei Schwarzen quasi geführt wird und gegründet wurde, dass man auch sowas wie Kevin Reza aus Frankreich einfach mal drüber nachdenkt. Also wie gesagt, der Fokus muss nicht unbedingt auf der Hautfarbe liegen. Das ist auch einfach so, dass einem das natürlich wurscht ist. Das ist mir schon klar, aber es würde natürlich nochmal ein schönes Zeichen setzen einfach, dass man da den Fokus drauf legt und eben nochmal Werbung dafür macht. Vielleicht, das ist ja auch immer wichtig für die Jugend, das hatten wir ja bei Team Bike Aid auch, dass dort auf dem afrikanischen Kontinent ein bisschen Werbung für den Radsport gemacht wird. Das hat uns ja auch extrem viel Spaß gemacht und dass man auch einfach mal in diese Richtung denkt. Also jeder weiß ja hier auf dem Channel, dass es dort, naja, keine Ahnung, Bike Aid war ja ein Beispiel dafür, wie vielfältig das Ganze sein kann und wie viel Spaß das dann eben auch macht. So, jetzt geht es nach San Cristobal, 111,6 Kilometer, nochmal leicht ansteigend, also perfekt gemacht für Eder Freire eigentlich. Und dann würde ich mal sagen, wird es eine Triumphfahrt für den Mexikaner, der sich nicht nur die Gesamtwertung, die Sprintwertung, sondern auch noch die Bergwertung unter den Nagel gerissen hat. Und in der unter 25 Wertung ist Alec Kaun vorne, also bis auf die Teamwertung haben wir wahrscheinlich alles gewonnen. Das wird ganz, ganz großartig. Also rein in den Abschluss, 111 Kilometer Triumphfahrt für unser Team Legion. So, zum Abschluss der Rundfahrt versuchen wir natürlich nochmal unsere Helfer auch ein bisschen zu belohnen. Freddy Ovet versucht in die Ausreißergruppe zu gehen, zusammen mit Salas. Ich dachte, das wäre ein Chile, ne? Sehr überragender, sehr überragend, das ist auch schön, also ein richtig, richtig starker Fußballer früher. Marcelo Salas, glaube ich, weiß gar nicht mehr, die hatten so einen genialen Sturm zusammen. War das überhaupt Chile, war es Paraguay, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube aber es war Chile. Wie hieß denn der andere? Die hatten so zwei Weltklasse-Spieler, kommen nicht drauf, aber ihr wisst es bestimmt. So, da kommt noch ein bisschen Verstärkung und da kommt ein bisschen Verstärkung für die Ausreißergruppe. Bei uns ist es Freddy Ovet, der jetzt mal die Chance bekommt, der relativ junge Australier, relativ jung, ich glaube 26 ist er, ich liebe einfach dieses Trikot auch und da werden wir bei den amerikanischen Rennen, kann ich schon mal verraten, werden wir ein anderes Trikot tragen. Da werden wir nicht in unserem normalen fahren, sondern dort gibt es dann eben noch ein anderes Trikot, quasi das kalifornische Trikot, da bin ich mal gespannt, wie euch das gefällt. Aber dauert noch ein bisschen, ja klar, kann man mal machen, alles gefixt, gar kein Problem. Wir arbeiten hier ein bisschen mit Salas zusammen, vorne haben wir Militiades, klingt auf jeden Fall sehr kriegerisch, da kann man mal einen Punkt drunter machen unter den Namen Dotti und dann drehen wir hier mal ein wenig am Rad, warten bis die Gruppe zusammenläuft und dann würde ich sagen, ist der Tag erstmal soweit vorbereitet. Ich würde heute für Cowan fahren, der hat einfach eine super Tagesform mit der Plus 5, der hat auch richtig Bock, dann können wir ihm vielleicht nochmal den zweiten Etappensieg zuschustern, wenn das klappen sollte. Freire nehmen wir als Anfahrer, Haydet kommt da natürlich auch noch mit rein und Hunter Grove muss uns da einfach mal in Position fahren, aber ich denke mal, das kann ganz gut funktionieren. Freddy Ovet mit einem Beschleunigungswert aus der Hölle, Sprintwert ist auch nicht besonders gut, deswegen wird das wahrscheinlich schwierig werden. Ich mag diesen Rundkurs hier, der ist zwar verrückt, dass man manchmal kreuz und quer durch das Feld fährt, macht aber trotzdem Spaß und es macht unglaublich Spaß, diese Teams hier auch kennenzulernen, wenn man da einmal schaut. Das Syndicato, das klingt auf jeden Fall schon, sorry wenn ich sage, aber sehr nach Drogenkrieg. Es ist aber kein mexikanisches, sondern ein argentinisches Team, da gibt es auch immer ein Bravo, hier haben wir auch Richese, allerdings ist das ein anderer, das ist sicherlich nicht der Anfahrer von der König Quickstep lange. So Duarte, der uns so toll den Sprint angefahren hat auf der letzten Etappe, dann allerdings auch selber die Etappe geholt hat, das darf man ja nicht unterschlagen. Wir sind dann nur Zweiter geworden, aber das haben wir wirklich stark am Hinterrad durchgehalten. Freire hat das toll gemacht und wir wollen natürlich auch uns aus der Nähe nochmal das gelbe Trikot anschauen, das wir ja auch nach der ersten Etappe hatten mit Kauen und dann haben wir jetzt das mexikanische Meistertrikot, das grüne, das gepunktete Trikot, das haben wir alles hier drunter und da haben wir Shane Archibald, den Meister aus Panama, der Zweiter ist in der Gesamtwert- oder in der Nachwuchsfahrerwertung, deswegen hat Kauen dieses wunderschöne pinke Trikot. So, das haben wir jetzt mal zusammengefasst, das ist auch weniger pink, sondern rosa, ich weiß es nicht genau, ich bin bei Farben schlecht, ich dachte auch unser Flur wäre grau gestrichen und mir wurde gesagt, das ist ein Braunton, ich behaupte bis heute, das war grau, aber ich glaube ich bin ein Idiot. So, bessere Überleitung habe ich noch nie geschafft, deswegen werden wir jetzt richtig idiotisch in das Ende der Rundfahrt reingehen. 20 Kilometer haben wir noch bei der Vuelta Altachira, unsere erste Rundfahrt mit Legion und es geht ins Finale, ich denke mal wird gut werden, vor allem weil wir eben schon in der Etappe waren, jetzt habe ich so getan, als wäre gar nichts passiert. Also ich schiebe es mal auf die Müdigkeit, vorne kam jetzt die Attacke von Dottie, wir schauen mal mit Ovet hinterher, genau in dem Moment, wo ich gerade schön hier rüber geschaut habe und gelacht habe, wurde uns hier der Zahn gezogen. So, da rasen wir einmal durch. Schauen, ob wir da nochmal hinkommen. Freddy Ovet und hinten müssen wir natürlich auch schauen, dass wir langsam in Position fahren. Hedet fährt uns das mal an. Dann kommt Freire für Cown, wobei das Ding natürlich schon ein bisschen hügelig auch im Finale ist. Vielleicht ist es dann doch besser für Freire, der den besseren Hügelwert hat. Na, mit der Plus 5 kriegt Alec Cown das mit Sicherheit hin. Wir bleiben in einer guten Position. Freddy Ovet kommt da vorne wahrscheinlich nur noch schwierig hin. 1 Minute 20 auf 13 Kilometer, das könnte vor allem reichen. Wir nehmen hier mal ein bisschen runter und nehmen dann gleich mal das Energiegel. Na, vielleicht können wir doch hier ein bisschen zusammenarbeiten mit Salas, wenn der Lust hat. Ja, zusammen möchte ich hier jetzt aber nicht, die ich da wieder hinfahren. Das wäre jetzt nicht mein Favorit. Aber ich glaube, Ovet kommt da vorne nicht mehr hin. Das bedeutet, wir ziehen hier hinten schon mal ein bisschen die Zügel an. Vorsprung 37 Sekunden. Der ballert da richtig rein. Wahnsinn. Und dann ist Ovet jetzt auch eingeholt. Können wir nochmal schauen, ob er nochmal alles rausballert, was er noch so im Köcher hat. Da muss Hated jetzt erstmal ins Hinterrad kommen. So, Freddy Ovet ballert hier rein. 44 Sekunden. Also ich würde es dem Ausreißer ja fast gönnen, aber natürlich auch irgendwie nicht. Weil wir wollen uns hier den Seek holen. Jetzt sind nur noch 29 Fahrer hier drin. Das kostet schon richtig. So, jetzt übernehmen wir mit Hated. Der Name ist einfach nicht besonders gut. Upsa. Nur auf 26 gesetzt. Nicht auf 0. Möchte ich betonen. Auf 26. Das ist das neue 0. So, dann setze ich ihn lieber mal auf automatisch. Bevor ich bei lauter Müdigkeit noch was Schlimmeres mache. So. Da kracht es auch im Mikrofon. Energiegel. Hated ballert los. Geht wie gesagt bergauf. Wir dürfen nicht auf dem letzten Kilometer. Was machen, sondern müssen vorher. Also nicht auf den letzten zwei Kilometern. So rum ist es richtig. Sondern es geht da ja gleich noch bergauf. Deswegen gehen wir jetzt mal los. Boah, Kauen ist ein bisschen weit hinten. Der ist viel zu weit hinten. Shit. Da waren wir eigentlich in einer guten Position. Und haben es dann vermasselt. Also das habe ich nicht gut gemacht. Da holt sich dann Antunes den Sieg. Holt vor Rodriguez. Also portugiesischer Doppelsieg. Das war das Schwächste tatsächlich von uns. Da habe ich mich ein bisschen überrollen lassen. Achter Platz für Eder Freire und Alec Kauen ist dann nur auf der 11 unterwegs. Das macht aber nichts. Wir haben immerhin keine Zeit verloren. Außer jetzt nochmal 6 Sekunden auf Rodriguez. Aber der hatte 27 Sekunden Rückstand, waren es glaube ich. Da ist also nichts passiert. Trotzdem war ich mir relativ sicher, dass das besser laufen wird. Schade, schade. Aber kann man machen nichts. Muss man gucken zu. Wir schauen uns jetzt natürlich mal die Wertungen an. Das machen wir sehr, sehr gerne. Acht Etappen bei der Vuelta Altachira. Und wir waren bei den meisten vorne. So Jungtalent, Errungenschaft freigeschaltet. Gesamtsieger und Berg. Da haben wir gleich bei der ersten Rundfahrt mal richtig abgestaubt hier. Super, auch gleich mal eine Tür. Geil. Achter Platz für unseren Mexikaner. Und in der Gesamtwertung ist es natürlich der erste Platz. Geil bis Trikot vor Rodriguez, Duarte. Und dann waren das relativ große Abstände nach hinten. Wir waren konstant stark. Wir hatten konstant gute Tagesformen. Muss man auch dazu sagen. Und die Konkurrenz war natürlich auch nicht so stark. So, Eder Freire holt sich auch die Punktewertung. Wieder vor Fabio, Duarte und Rodriguez. Porto einfach mit 5 Fahrern. So, ja. So, Punktewertung geht natürlich an Eder Freire. Ich nenne ihn manchmal, wie gesagt, Freire, weil er einfach Oskar Freire im Hinterkopf habe. Alec Cowen holt sich die Nachwuchsfahrerwertung. Und in der Teamwertung waren wir, glaube ich, auf dem dritten Platz. Und das ist auch so geblieben. Best PC Ecuador. Da hole ich mir mal einen neuen Rechner. Meiner ist nämlich echt langsam geworden. Dauert ewig, bis die Etappen geladen werden. Das lag also dann gar nicht an diesem Grafikpack. So, super Ding. Ich denke mal, der Sponsor wird jetzt auch erstmal glücklich sein. Ja, Preisgeld 65.303 ist jetzt nicht wahnsinnig viel. Schauen wir mal, was der Sponsor sagt. Ist das schon als beachtenswertes Ergebnis hier drin. Ja, aber ist jetzt nicht so wichtig gewesen, als dass er da richtig aus dem Sattel gehen würde. Trotzdem freut uns das natürlich. Continental können wir gleich mal schauen, was das für die Teamwertung bedeutet. Da sind wir dann sogar auf Platz 1 mit 11 Punkten Vorsprung auf den FC Porto. 84 Punkte im Mai. Das wird sicherlich nicht reichen, um die Wertung zu gewinnen. Aber bei den Siegen sind wir schon mal stark. 5 Siege bei 8 Etappen. Natürlich zählt jetzt hier auch der Gesamtsieg mit rein. Die Wertungen zählen nicht als Sieg, sondern, keine Ahnung, kriegt man dafür überhaupt Preisgeld? Ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall ist es für die Fahrer, für die Entwicklung immer ganz wichtig, weil wir haben ja festgestellt, dass wenn ein Fahrer sich im Ruf, also in der Reputation, wie es hier heißt, verbessert, dann verbessert sich gleichzeitig auch hier die Werte. Also zumindest habe ich da eine gewisse Verbindung festgestellt. Klingt einfach mega wichtig. So, jetzt verlassen wir allerdings den südamerikanischen Kontinent. Ich glaube, wir waren in Südamerika gerade. Und jetzt geht es rüber in die Türkei zum Grand Prix Belek. Das machen wir in der kommenden Folge. Dort lernen wir auch fünf andere Fahrer kennen. Den Rest des Teams. Da ist Corey Williams, unser Kapitän für den Sprint. Da haben wir dann auch Ty Magna dabei, der sicherlich auch in der Ebene richtig gut unterwegs ist. Wir haben Tyler Williams. Wir haben Samuel Boardman. Wir haben Angel Munoz. Da ist allerdings kein so richtig guter Anfahrer mit dabei. Da muss Corey Williams sich vielleicht ein Hinterrad suchen und vor allem auch hoffen, dass er die Berge ganz gut hochkommt. Diese Hügel, die es da so zwischendrin gibt. Gut, also das gibt es dann in der nächsten Folge. Wir gehen nochmal einen Tag weiter und schauen, ob da vielleicht noch ein neuer Fahrer gescoutet wurde. Und wie gesagt, wenn ihr Ideen habt zum Scouting, welche Fahrer wir verpflichten sollen, wir haben vielleicht haben wir ein etwas höheres Budget für die nächste Saison. Wir wissen es natürlich noch nicht. Das erste große Ziel wird der Grand Prix Slowenien-Istria sein. Da hoffen wir natürlich, dass wir erfolgreich sind. Und da sehen wir auch den nächsten Formen-Höhepunkt dann von Eder Freire, unserem Mexikaner. Und da müssen wir, glaube ich, auch relativ gut abschneiden. Das ist ein Vier-Sterne-Ziel. Und wenn wir das schaffen, dann wird sicherlich eine Erhöhung vom Sponsor kommen. Jetzt müssen wir gleich den Hund waschen. Das ist echt volles Programm. Der hat ein Leben. Ich glaube, selbst kratzen geht das nicht besser als Nero. So, Grand Prix Beleck. Da können wir schauen, wie beleckt wir sind in ein Tagesrennen. 65.000, das ist geblieben. Wir wollten nochmal in dem Nachwuchs nachschauen. Da haben wir auch, ah, okay, kommt immer einen Tag später. Francis Pawson, ebenfalls ein gutes Talent. 4 bis 7. Choice of Riders for Close Monitoring. Ich weiß gar nicht, diese, na, wie nennt man es? Jetzt fällt mir gerade gar nichts mehr ein, weil ich einfach völlig durch bin. Wenn man den Fahrer nochmal etwas enger scouten möchte. Intensivscouting. Dankeschön. Da lobe ich mich mal selber, dass ich drauf gekommen bin. Ich weiß gar nicht, wann man das machen kann. Ich glaube, das ist nur ein gewisser Zeitpunkt, wo man das einstellen kann. Ist aber auch immer relativ teuer, das Intensivscouting. Ich weiß nicht, ob wir uns das leisten können. Auf jeden Fall ist Francis Pawson ebenfalls ein guter. Den nehmen wir auch mal bei uns auf die Shortlist mit rein. Die da natürlich über die Saison jetzt deutlich wachsen wird. Und da sind jetzt nicht nur junge Fahrer dabei, haben wir ja vorhin schon drüber geschaut. Sondern auch Fahrer wie Jack Bauer, die uns sicherlich schön verstärken würden. So, dritte Folge ist rum. Unsere erste Rundfahrt ist rum. Mit dem Sieg in allen vier Wertungen, bis auf die Teamwertung, wirklich alles geholt. Jetzt geht es in der nächsten Folge in die Türkei. Dort kommen ein paar Ein-Tages-Rennen. Dann sieht man auch hier, der Rennkalender ist hier nicht ganz so voll. Also werden wir auch relativ schnell durch die erste Saison durchkommen. Also drei Ein-Tages-Rennen in der Türkei. Dann geht es nach Slowenien, nach Griechenland. Es geht nach Holland. Es geht nach Kroatien. Wir sind international unterwegs. Und wir werden hoffentlich auch überall auf dem Globus weiterhin so erfolgreich sein. Wenn ihr Bock habt, mit uns zu diskutieren, dann wisst ihr, was jetzt kommt. Nämlich kommt gerne mit auf den Discord. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Viel Spaß beim Fußball wahrscheinlich erstmal. Und dann viel Spaß bei diesem Video. Vielen Dank.